Servus und herzlich willkommen heute zum zweiten Gruppenspiel des Faviskel World Cups. So Jungs, heute das Spiel gegen der KC bzw. Ka Cheng. Ich freue mich auf die Partie. Es wird sehr, sehr schwierig für uns werden. Elite Spieler mit Polen auch eine sehr, sehr starke Nation, wie ich finde, vor allem mit einem Top-Stürmer, die Totkarte Lewandowski, aber auch in der Defensive relativ stabil. Er wird uns auf jeden Fall definitiv alles abverlangen. Ich glaube, ist er auch eher der Favorit in dieser Partie. Nichtsdestotrotz, wir geben unser Bestes und wir brauchen eure Unterstützung. Also pusht gerne ein Like da raus, gerne auch ein kostenloses Abo und in die Kommentare, was man vielleicht besser machen könnte, gern ein Pato. Rückspiel ist bei uns auf dem Kanal. Das Hinspiel gibt es beim KC. Das einfach abchecken. Ich will da gar nicht spoilern oder sonst was. Checkt es einfach bei ihm ab. Ich glaube, das hat er sich auf jeden Fall verdient. Ja, legt gerne ein Abo bei ihm da. Ist ein sehr, sehr korrekter Typ. Mega gut drauf. Und Jungs, Hashtag Web is gut in die Kommentare. Wir pushen uns jetzt rein. Wir laden ihn jetzt gleich ein und dann, ja Jungs, dann zählt es, dann heißt es pushen, 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 um das Unmögliche wahrzumachen und vielleicht ins Achtelfinale einzuziehen. Ja, also Jungs, let's go. Pushti. Jetzt sehen wir uns mal das Team vom KC an. Und ich den Lewandowski, Team of the Season, der uns wahrscheinlich vor Probleme stellen wird, genauso wie Klick in der Defensive sehr stark. Zielinski und zwei Schnäule außen. Also es wird wirklich sehr, sehr interessant. Jungs, wenn wir sie pushen, für den Sieg. Come on! Und natürlich auch an den KC. GG mein Lieber. Come on, Jungs. So, er stellt nochmal um. Hat er vorher im Hinspiel auch schon gemacht. Aber das wird ihm nichts nützen. Kabah! Subazic ist auch schon gut gehalten von Subazic. Wobei den muss er natürlich auch haben. Oh Gott. Ja, boh. Der erste kleine Angststreifen ist bereits in der Unterhose. Kabah! Und es fängt schon wieder zum Lecken an, ey. Es ist belastend grad. Guter Ball. Rakitic! Er macht es! Es leckt schon wieder! Schade! 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 Leider wieder ein kurzes Delay gehabt. Belastend. Gut gehalten von Fabianski. Aber wir sind gut in der Partie drin, Jungs. Jetzt kann man! Und! Kramaric! Latte! Gute Doppelschauss! Gute Doppelschauss, Jungs! Darauf kann man wieder aufbauen! Darauf kann man wieder aufbauen! Come on, Jungs! Come on! Der Leibandowski da vorne ist natürlich schon. Brachial! Ach, come on, hey! Also, dass der Subazic überhaupt nichts hält! Wieder so ein Eier-Toi, ey! Schade! 1-0 für Katschen! 1-0 für Katschen! Come on! Schwierig, Jungs! Sehr, sehr schwierig! Das ist drin! Guter Ball auf Prozovic! Ach, abseits! Hey! Da musst du früher am Ball sein! Da musst du vorher schon am Ball sein! Mann, Mann, Mann! Adrian, nicht flanken lassen! Nicht flanken lassen! Pushen! Kovacic! Pushen! Das gibt's doch nicht! Das ist ja das Problem! Der kann's ja nicht durchsetzen! Guter Ball von Teresic auf Rakicic! Aber der kann sich auch nicht! Das ist ja das Problem! Der kann sich auch nicht durchsetzen! Der ist nicht bloß langsam, sondern auch für dich so schwach! Was willst du dagegen machen? Was willst du dagegen tun? Gasse, Brozovic! Schaut euch mal das Paschböll an von dem Modric! Gott greift an Brechreiz grad! Jetzt, come on, Brozovic! Come on, Brozovic! Und wieder Fabianski, hey! Schade! Schade, schade! Gut gemacht von Peresic! Gute Flanke! Kamaric! Yes, Jungs! Modric! 1-1! Come on! In der Halbzeit, bzw. kurz vor der Halbzeit! Sehr, sehr wichtig! Sehr, sehr wichtig! Und vielleicht können wir noch zu weit nach der Nummer angreifen! Das wäre natürlich sehr, sehr positiv! Guter Kopfball von Modric! Da hat er sich hochgeschraubt! Come on, Jungs! Jetzt kein Tor mehr bekommen! Das wäre sehr, sehr wichtig! Come on, Schiri! 5 zur Halbzeit! 5 zur Halbzeit! 5 zur Halbzeit! Sehr, sehr gut! 1-1! Come on, Jungs! Ja, und Statistik ist, er hat natürlich mehr Ballbesitz! Macht er ganz gut, aber ansonsten sich... Sind wir auf jeden Fall gut in der Partie drin, Jungs! Wir sind auf jeden Fall gut in der Partie drinnen! Wir hoffen natürlich jetzt nochmal auf ein kleines Wunder! Was heißt ein kleines Wunder? Defensive immer stark stehen! Wir hoffen natürlich, dass er sobald ich keinen Torwartfehler macht! Und nach vorne hin ein bisschen Halsschneuziger das Ganze spielen! Come on, Jungs! Ja, Gramaric! Come on! Come on, Gramaric! 2-1! Let's go! Woo! Huiuiui, Jungs! Huiuiui! Und da meldet ihr die Pause an! Ein paar Jungs! Come on! Scheiße! 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 Oh, so brutal! Der flinkt ja schnell! Der flinkt ja schnell! Der flinkt ja schnell! Sobasic! Und wieder schlecht geklärt! Wieder schlecht geklärt! Und der Sobasic hält keinen Ball! Hey! Ich hab keinen Bock mehr! Man, jeder Schuss ist da drin bei denen! Ach, das ist echt ein bisschen unfair, muss ich sagen! Ach, kein Bock! Dieses Pauseball ist unglaublich schlecht! Der hätte den Ball wieder nicht gehabt! Nichtsdestotrotz! Unentschieden! 2-2! Meiner Meinung nach! Geht in Ordnung! Der hat zum Schluss jetzt ein bisschen mehr Schüsse gehabt! Aber... Wenn man das Spiel gewinnen glaubt! Braucht man sich auch nicht beschweren! Ist natürlich... Schwierig, wenn man so einen Torhüter hat! Nichtsdestotrotz! GG natürlich! Und Kajang waren zwei sehr, sehr nice Spiele! Hab ich natürlich sehr, sehr gefreut mich mit dir zu messen! Absolut ein genialer Spieler! Super korrekt! Checkt bitte gerne das Hinspiel ab! Ist bei ihm am Kanal! War auch sehr interessant, ja! Und ansonsten wünsche ich dir natürlich noch viel Erfolg! KC, gern Tristan! Und... Ja! Dann würde ich sagen, sehen wir uns zum letzten Gruppenspiel Gernpato! Macht es gut! Bis dann! Haut rein und ciao!